Ich will mal gucken, welche Games alle dieses Jahr rauskommen. Und ich hab hier, glaube ich, hier auf GameStar ein ganz geiler Kanal dafür. Da gibt's zwei Teile, die und die. Und wir gehen das mal durch. Welche Spiele 2024 rauskommen? Ich kann schon mal so viel sagen, Chat. Es sind nicht so viele Geile dabei, was ich bisher gehört habe, wie es letztes Jahr war. Also ich fand auch, letztes Jahr war insane, was Spiele angingen. Dieses Jahr auch paar gute, aber mal sehen. Gehen wir mal rein. Also ich meine, letztes Jahr zu überbieten ist auch echt schwer, Junge. Da kam einfach ein Banger nach dem anderen raus, ne? 2023 war ein sehr gutes Spielejahr, aber auch 2024 stehen wieder jede Menge spannende Veröffentlichungen an. Also schauen wir uns mal die größten Spiele-Releases für 2024 etwas genauer an. Wir haben den Ausblick übrigens auf zwei Videos aufgeteilt, weil es so viele Spiele sind. Wir gehen die Spiele dabei in alphabetischer Reihenfolge durch. Wenn euch also ein Spiel fehlt, schaut auch in den zweiten Teil des Videos, sobald der online ist. Mit Assassin's Creed Codename Red... Assassin's Creed Codename Red Chat. Und ich sag euch, wie es ist. Ich hab die letzten drei, vier Jahre kein Assassin's Creed Teil gespielt. Aber Codename Red wird gedaddelt. Und nicht nur aus einem einzigen Prinzip. Es spielt in Japan. ...ein Hauptteil der Meuchelmörder-Reihe in Japan. Guck euch das an! Das Setting hatten sich viele Fans wohl schon seit Jahren gewünscht. Der Schauplatz ist aber leider die bislang einzige offizielle Information, die wir über das Spiel haben. Hä? Laut Insider Tom Henderson dreht sich die Story von AC Red um eine weibliche Shinobi, also eine Kunuichi, und einen männlichen Samurai. Die männliche Figur ist dabei wohl an den historisch überlieferten ersten Samurai angelehnt, der nicht aus Japan kam. Er wurde Yasuke genannt und stammte wahrscheinlich aus Mosambik. Vagabond? Avowed wurde erstmals 2020 angekündigt, dann war es lange still um das Spiel, aber 2024 soll es wohl endlich erscheinen. Was ist das? Das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment arbeitet hier am nächsten großen Rollenspiel-Hit. Avowed führt uns zurück in die Welt von Pillars of Eternity. Allerdings erkunden wir hier einen bislang unbekannten Teil der Fantasy-Welt. Und diesmal erleben wir das Geschehen auch nicht aus der ISO-Ansicht, sondern ähnlich wie in Skyrim oder The Outer Worlds in der Ego-Perspektive. Bin ich kein Fan von, Chad? Ich weiß nicht, wie ihr das fühlt. Ich finde diese First-Person-Games, also Skyrim war okay, dass die Perspektive so war, aber ich feiere Third-Person so viel mehr. Ich feiere das so bei Horror-Games ist es fein und so bei Puzzle-Games und so, aber eigentlich feiere ich Third-Person mehr. Auch das Gameplay erinnert an The Elder Scrolls V. Statt einer zusammenhängenden Open World gibt es hier allerdings weitläufige Einzelgebiete, ähnlich wie in The Outer Worlds. Dafür werden wir aber auch in The Outer Worlds viele Entscheidungen treffen und uns unseren eigenen Weg durch die Spielwelt bahnen. In Banishers Ghosts of New Eden reisen wir als Ehepaar Red und Antea als Geisterjäger durch das junge Nordamerika des 17. Jahrhunderts. Okay, es sieht relativ gut aus, vielleicht sogar Souls-like, aber ich muss sagen, da kriege ich so Angst mittlerweile, wisst ihr, bei solchen Games? Weil wir hatten so viel Enttäuschung. Wie hieß nochmal dieses eine Game, was vor irgendeinem Jahr rauskam oder so? Forspoken. Digga, sorry. Aber das konnte ich nicht weiterspielen. Es ging nicht. Es ging wirklich nicht. Und da frage ich mich, wie soll ich da jetzt voreingenommen in das Game reingehen? Er ist selbst ein Geist, was aber nicht bedeutet, dass sie ihrem Mann Red nicht tatkräftig zur Seite steht. Als Antea verfügen wir nämlich über mächtige magische Fähigkeiten, die im Kampf mit den übernatürlichen Kreaturen extrem nützlich sind. Das sieht schon mal geil aus. Welt kämpft währenddessen mit Fackel, Schwert und Gewehr und hält sich so die materiellen Gegner vom Leib. In Black Myth Wukong treten wir als Affenkönig jeder Menge Kleinen, aber... Boah, Chat. Okay, es ist mein persönliches Highlight dieses Jahr eigentlich mit... Hattest du nicht Placement für Forspoken League? Jengis, das musst du jetzt ehrlich nicht hochbringen, oder? Wusste ich vorher, wie das Spiel wird? Du brauchst mich jetzt nicht expose, du kleiner Frechdachs. Ich wusste nicht, wie das Spiel vorher wird. Ich habe auch Placement gehabt. Und, wie war? Wie war das Spiel so? Wie fandest du das? Die gucken gerade zu übrigens, Jengis. Ich sehe es in der Viewerliste. Voll gut. Ja? Okay. Gut. Ne, das freut mich. Ähm, Black Myth Wukong Chat. Ich sag, ich sag, das Game wird gut. Denn die Bossfights sehen schon mal in Zähnen aus. Wir gucken uns das an. Danach labern wir nochmal drüber. VLM auch beeindruckend großen Gegnern entgegen und erleben eine Geschichte, die von der chinesischen Erzählung die Reise nach Westen inspiriert ist. Unsere Waffe, ein mächtiger Kampfstab. Anders als in... 4K. Als in vielen Souls-Likes sammeln wir hier also kein ausuferndes Arsenal zusammen, sondern meistern unterschiedliche Kampfstile mit dem Stab, die allesamt ein eigenes Bewegungsrepertoire bieten. Wir nutzen aber auch Magie und Feuerattacken oder verwandeln uns sogar in Tiergestalten. Black Myth Wukong erscheint am 20. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X und... Chat, mal eine Meinung von euch. Denkt ihr, das Game wird gut? Wird das ein gutes Souls-like Spiel? Denn ich bin mir so unsicher, was das Gameplay betrifft. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es schlecht wird, weil die Gegner sehen schon so insane aus. Und allein mit so einem Stock gegen die zu kämpfen, das hat schon ein bisschen so Sikiro-Vibe, weil du wahrscheinlich deine Waffen nicht wechseln kannst und somit halt keinen Skill durch die Power-Waffen bekommst oder durchs Leveln. Deswegen hoffe ich, ist das ein bisschen schwerer wie bei Sikiro. Ich hoffe auf jeden Fall, das wird gut. Dragon's Dogma 2 ist der lang erwartete Nachfolger des Open-World-Rollenspiels von 2012. Und diesem Kulthit bleibt das neue Spiel sehr treu. Wir schmeißen mit Magie um uns und heuern Vasallen als KI-Begleiter an. Das Vasallen-System war schon im ersten Dragon's Dogma ein wahres Highlight und wurde noch weiter ausgebaut. Unsere Begleiter erlernen jetzt beispielsweise neue Spezialfähigkeiten, können etwa als Dolmetscher weiterhelfen. Und auch in Quests und beim Erkunden der Welt sollen sie uns jetzt noch besser mit ihrem Wissen weiterhelfen. Vorausgesetzt, sie kennen das Gebiet oder die Quest bereits von einem ihrer Ausflüge mit anderen Spielern. In Dragon's Dogma können wir uns nämlich die Begleiter anderer Spieler anheuern und auch unser eigener Hauptbegleiter kann als KI-Klon bei anderen Spielern mitmachen. Und so schon lange vor... ...ist natürlich jetzt heftig nach Baldur's Gate 3 Release dieses Jahr, aber ich hab... Dragon's Dogma Dark Horizon hab ich mir mal runtergeladen, Chad. Und ich glaube, das Spiel wird sogar relativ cool. Ich glaub, das kann gut sein. ...und bislang... Klauli, dankeschön für 33 Monate. Also wer das mag, ne? ...unbekannte Gebiete und Quests sehen. Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Okay. Mit Final Fantasy VII Rebirths steht der zweite Teil der Remake-Trilogie von Final Fantasy... Es gibt kein größeres Highlight für mich dieses Jahr eigentlich. Das ist mein Highlight, Chad. Also, ihr könnt euch das schon mal dickfett in euren Termin eintragen, aber am 29. Februar gehen wir rein, Chad. Wir gehen rein in Final Fantasy VII Rebirth. Das wird so nice. Ich freu mich so doll da drauf. Boah, Alter. Da machen wir einen richtig geilen Stream. PC VII an. Die Story setzt nach den Ereignissen von Final Fantasy VII Remake an. Wir verlassen erstmals die Stadt Midgard und reisen stattdessen durch die riesige Welt Gaias in Richtung der Stadt Kalm. Unser Ziel, Bösewicht Sephiroth aufhalten, der die Macht über den Planeten an sich reißen will. Das bislang gezeigte Gameplay ähnelt stark dem von Final Fantasy VII Remake mit einer Mischung aus Echtzeitkämpfen und Kommandos. Allerdings erkunden wir dieses Mal eine wesentlich größere Spielwelt, die einiges mehr an optischer Abwechslung im Vergleich zu Midgard bietet. Wir können sogar Chocobos reiten. Digga, was? ...an optischer Abwechslung im Vergleich zu Midgard bietet. Wir können sogar Chocobos reiten. Broke? Wir cruisen jetzt mit so einem Teil rum durch die Streets? Junge, das wird so geil, Alter. Das wird so geil. Ist ein goofyer Fahrzeug, Junge. Vor allem mit dem Schwert hinten drauf. Das ist so nice. The C7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 für die Playstation 5. In Frostpunk 2 hat die Menschheit die Apokalypse überstanden und ist jetzt mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Trotzdem müssen wir immer noch gegen die eisige Kälte ankämpfen und dabei schwierige moralische Entscheidungen treffen, während wir das Überleben unserer Stadt sichern. Denn was unsere Siedlung wirklich bedroht, sind die Konflikte innerhalb der Bevölkerung. Das ist so ein Aufbau-Simulationsspiel und so halt so SimCity-mäßig oder irgendwas. Ja, ist so ein cozy Game. Und deshalb die Balance zwischen unterschiedlichen Fraktionen waren, die alle ihre eigenen Visionen für den Vorbestand unserer Stadt haben. Frostpunk 2 soll noch in der ersten Hälfte 2024 erscheinen. Nach über 20 Jahren ist es soweit. Der Rollenspiel-Klassiker Gothic bekommt endlich das wohlverdiente Remake. Die Neuauflage erfindet die Welt von Gothic nicht neu, sondern will sich sehr konkret an das Original halten und eine treue Umsetzung in die Moderne sein. Beispielsweise wird das Kampfsystem zwar auf dem Original basieren, es jedoch um einige Mechaniken modernisieren. Einen Gameplay-Trailer davon können wir euch zwar noch nicht zeigen, aber auf GameStar.de gibt es bereits einen Angespieltbericht zur jüngsten Demo vom Kollegen Fabiano. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ein genaues Release-Datum hat das Gothic 1-Remake noch nicht, es soll aber 2024 für PC, Playstation 5 und die Xbox Series X und S erscheinen. Homeworld 3 führt endlich die Geschichte der legendären Weltraumstrategie fort. Endlich! Vor 100 Jahren ging die Flotte von Weltraumheldin Karen Stjett in der düsteren Anomalie verloren. Wir spielen Karens Nachfolgerin Imogen, die auf der Suche nach Antworten ist. Neben der Story-Kampagne bietet der neue Teil auch einen Roguelite-Koop-Modus und PvP-Kämpfe gegen andere Spieler. 2021 und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee erschaffen. Eine gehorsame Horde biotechnologischer Monster namens Zed. Wie die Vorgänger wird auch Killing Floor 3 ein Action- und Horror-First-Person-Shooter. Der Koop-Modus unterstützt bis zu sechs Spielende und setzt auf den bekannten Rhythmus aus Monster umkloppen, aufleveln und noch mehr Monster umkloppen. Bislang haben wir von Killing Floor 3 aber nur einen ersten Trailer und eine Handvoll Screenshots gesehen. Die Gegner erinnern dabei stellenweise an die Tyrants aus Resident Evil, während die Umgebungen ein bisschen wie aus Doom wirken. Ein konkretes Release-Datum für Killing Floor 3 gibt es noch nicht. Wir wissen aber, dass der Shooter für PC, Playstation 5 und die jüngsten Xbox-Konsolen kommt. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Hack-and-Slay-Fan, so dieses stupide Alles-Umkloppen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du so in deinem 9-to-5-Job arbeitest, bei dem du echt nicht zufrieden bist und du musst dich den ganzen Tag mit irgendwelchen Mitarbeitern prügeln und dann kommst du mental nach Hause und willst einfach nur alles abschlachten, dann ist das wahrscheinlich das beste Spiel. The Dragon Infinite Birth ist der achte Teil der Yakuza-Reihe. Im Rollenspiel schlüpfen wir erneut in die Rolle von Protagonist Ichiban Kazuga. Diesmal ist er aber nicht allein, denn Serienheld Kazuma Kiryu kehrt aus dem Ruhestand zurück und wird ebenfalls spielbar sein. Wie schon im Vorgänger setzt das Spiel wieder auf rundenbasierte Kämpfe. Setting ist diesmal sowohl Japan als auch die amerikanische Pazifik-Insel Hawaii. Wie für die Reihe üblich erleben wir dabei jede Menge Minigames, nehmen Jobs an und können sogar unser eigenes Urlaub-Resort auf einer privaten Insel aufbauen. Like a Dragon Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für PC, Playstation 4 und Playstation 4. Einfach diesen Monat, Junge. Da habe ich aber Bock drauf auf das Game. ...5 und die Xbox Series X und S. Man, Sai Kong, sie nimmt weg, alle so. Nach dem Remake zu Super Mario RPG vor ein paar Wochen liefert Nintendo am 16. Februar 2024 gleich die nächste neue Auflage für die Switch. In Mario vs. Donkey Kong stiehlt Donkey Kong alle Mini-Mario-Spielzeuge direkt aus der Fabrik und Mario muss ihn jetzt verfolgen und die Spielzeuge wieder einsammeln. Mario vs. Donkey Kong erschien 2004 zum ersten Mal für den Game Boy Advance Ja, das wird wie dann 60-Euro-Ding, oder? Ich fände 40 Euro dafür, glaube ich, ganz geil. 50? Oh, okay, 50 Euro. So ein bisschen reinpuzzeln, so ein bisschen puzzeln, ein bisschen knobeln. Das ist, glaube ich, ein ganz süßes Game, Chat. Die Grafik, also der Artstyle sieht cool aus. Das altbekannte Spielprinzip wird fort... ...die Chat, das geht die ganze Zeit immer in meinem Kopf ab, wenn ich an nichts denke. ...beführt, Mario muss irgendwie die Hindernisse seines Rivalen überwinden und ans Ziel gelangen. Nur so kann er die gestohlenen Mini-Mario-Spielzeuge wieder beschaffen. Ganz neu im Remake ist übrigens der Koop-Modus für zwei Spieler. Mit Metal Gear Solid Delta Snake Eater legt Konami 2024 endlich Metal Gear Solid 3 neu auf. Genau 20 Jahre nach dem ersten Release für die Playstation 2. Das ist so Peak Chat und es gibt bald den Solid Snake Skin in Fortnite. Hier Geheimagent Naked Snake, den wir später in der Serie als Big Boss kennenlernen. Naked Snake muss in den 1960er Jahren im Auftrag der US-Regierung gegen eine russische Übermacht antreten und einen Wissenschaftler befreien. Dazu nutzen wir zahlreiche Waffen, Gadgets und Guerillataktiken und bleiben möglichst unerkannt. Für das Remake wird Konami das Gameplay-Gerüst weitestgehend unangetastet lassen und nur in Details anpassen. So kann Snake jetzt auch geduckt schleichen und muss nicht immer gleich im Dreck kriechen. Auffälligster Unterschied zum Original ist aber natürlich die ganz neue Grafik, umgesetzt mit der Unreal Engine 5. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt's noch nicht. Mario vs. Donkey Kong ist... Nicht das einzige Spiel, dem Nintendo 2024 einen neuen Anstrich verpasst. Das zweite Paper Mario Spiel, die Legende vom Aeonentor, bekommt auch eine Neuauflage. Statt eines Remakes gibt's hier aber nur ein Remaster, der ist ursprünglich 2004 für den Gamecube veröffentlicht. Vollkommen okay, weil das Spiel ist original schon goated. ...spiels in überarbeitet... Sieht so platt aus, König, das ist Paper Mario. Hast du dir mal ein Papier angeguckt? Das ist... sieht so aus. Ist es krass genug, dass ich eine Switch dazu kaufen muss? Ne... Boah... Ne... Aber wenn die neue Switch, die ja hoffentlich vielleicht sogar bald, vielleicht noch diesen Monat announced wird, rauskommt, also die Switch 2, und du willst in Zukunft mehr mit der Konsole spielen, dann würde ich's mir holen. Jetzt sich eine Switch zu holen, ist komplett dämlich, denn die neue Konsole kommt dieses Jahr raus. Und ich würde lieber auf diese Konsole sparen. Da Grafik blättern wir uns durch die Seiten des RPG-Abenteuers und suchen mit Mario und seinen Freunden den legendären Schatz hinterm Aeonentor. Der charmante Pappkarton-Look bleibt natürlich auch im Remaster erhalten, denn die besondere Optik sieht nicht nur niedlich aus, sondern wirkt sich auch aufs Gameplay aus. Es gibt ein paar Leaks, ich weiß nicht, wie real die sind, aber es soll angeblich wegen Switch 2, sollst du an einer Switch zu zweit spielen können. Ich weiß nicht, ob das real ist oder sowas, dass du quasi wie eine Nintendo DS, den du so aufklappst, zwei Seiten haben, mit denen du spielst. Aber... let's see. Wenn sich Paper Mario zum Beispiel durch einen engen Spalt... Digga, warum immer zu zweit spielen, Digga? Du bist doch... man ist doch eh immer alleine. ...wetscht oder als Papierflieger Abgründe überwindet. Die Legende vom Aeonentor gilt übrigens als der beste Teil der Paper Mario-Reihe. Falls ihr die Serie also bislang verpasst habt, könnte die Neuauflage der ideale... Srel, danke für 13, Alter. ...Einstiegspunkt werden. Einen konkreten Release-Termin für die Switch-Version kennen wir aber noch nicht. Path of Exile 2 wird ein komplett neues und eigenständiges Spiel. Klingt jetzt erstmal ziemlich selbstverständlich, doch ursprünglich wollten die Entwickler von Grinding Gear Games ihr erfolgreiches Free-to-Play-Hack-and-Slay Path of Exile direkt mit dem Nachfolger... Ich sag, das wird besser als Diablo... ...verschmelzen. Diese Pläne wurden inzwischen aber über den Haufen geworfen, denn Path of Exile 2 bringt zu viele Neuerungen und der Vorgänger soll auch weiterhin als Einzelspiel weiterlaufen. Path of Exile 2 steht also für sich und ihr könnt es ab dem 7. Juni 2024 in der Beta spielen. Diese Beta soll dann auch schon alle bis dahin fertigen Inhalte liefern, den Zugang gibt's aber wohl nur über kostenpflichtige Founder-Pakete. Na, 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 na. Path of Exile 2 also erst später. Ja, dann kriegst du mich auch mal später als Spieler. Ich find, das sieht richtig gut aus, das Game. Vor allem mehr Synergien zwischen unseren Fähigkeiten. So kombinieren wir beispielsweise Elementarangriffe und Fähigkeiten zu immer neuen Effekten. Auch die Ausrüstung wird darauf ausgerichtet. Zudem gibt's jetzt eine Ausweichrolle ohne Cooldown, die den Spielablauf nochmal spürbar flotter macht und besonders in den Bosskämpfen nützlich wird. Okay. Soviel zum ersten Teil von unserem Ausblick auf die größten... Was kommt noch raus? Moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 der Spiele-Blockbuster-Vorschau für 2024. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, dann schaut dort auf jeden Fall... Diesen Monat soll anscheinend noch eine Pokémon-Direct kommen. Mal schauen, ob's wirklich stimmt. Digga, das Ding ist so, ich will gar keine Pokémon-Direct. Also ich möchte echt keine Pokémon-Direct eigentlich. Ich würd's mir trotzdem angucken und so, aber ich möchte einfach mal so zwei Jahre nichts von Pokémon hören und dann kommen die halt einfach mal mit einem richtig guten Game um die Ecke, weißt du? So, mehr möchte ich gar nicht. Ich will nicht schon wieder nächstes Jahr in eine neue Pokémon-Gen. Ich will einfach mal jetzt vier, fünf Jahre, arbeitet an einem Game und macht ein krasses Pokémon und gut ist... ...noch vorbei. Wir gehen die wichtigsten Spiele des neuen Jahres nämlich alphabetisch durch und sind jetzt schon bei P angekommen. Also machen wir ganz pragmatisch weiter mit... Pragmata. Ja gut, der Witz war lahm. Pragmata ist ein Release, der sich vom letzten Jahr mit herübergeschleppt hat. In einem neuen Trailer vom Juni 2023 entschuldigte sich das Entwicklungsteam für eine weitere Verschiebung und schreibt, dass Pragmata frühestens 2024 erscheint. Worum es im Spiel genau geht, wissen wir auch immer noch nicht so genau. In den Trailern sehen wir einen Astronauten, der gegen Roboter kämpft, ein kleines Mädchen mit technomagischen Fähigkeiten und... ...tja, mehr auch nicht. Sieht, finde ich, richtig lame aus irgendwie. Pragmata gibt sich noch sehr kryptisch. Wir sind gespannt, was uns hier wohl erwartet. Das ist ja wirklich prädestiniert dazu, mitgehamt zu werden, oder? Allein an diesem Trailer. Der erste Trailer zu Prince of Crown kam bei den Fans überhaupt nicht gut an, aber mein Kollege Fritz konnte das Spiel bereits mehrere Stunden lang ausprobieren und ist richtig begeistert. Wenn The Lost Crown so weit... Das ist doch ein Metroidvania-Plot. Dankeschön, Alter. Wenn es weitergeht, wie es anfängt, bekommen wir hier ein richtig gutes Sidescroll-Metroidvania, das auch in Sachen Story-Präsentation überzeugt. Anders als der Titel vielleicht vermuten lässt, steuern wir diesmal aber nicht den Prinzen, sondern sollen ihn retten. Dabei führt The Lost Crown einen für Metroidvanias ungewöhnlich großen Cast an Figuren ein und erzählt seine Geschichte mit vielen flott inszenierten und gut vertonten Zwischensequenzen. Das Spiel erfindet das Metroidvania-Genre zwar nicht neu, bietet aber einfallsreiche Kletterpassagen, ein präzises und komplexes Kampfsystem, tolles Treffer-Feedback und mächtige Bosse. Ja, Besilksong, netter Übergang, oder? Prince of Persia The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024 für den PC, die PS4 und 5 und die Xbox One und die Xbox Series-Konsolen. Ab dem 11.01. wird es eine Demo geben. Endlich bekommt die Prinzessin des Pilzkönigreichs ihre wohlverdiente Hauptrolle. Wobei, eigentlich übernimmt Peach so... Das Slay-Game! ...übergleich mehrere Hauptrollen, denn in Princess Peach Showtime will sie mit ihren Freunden eigentlich nur eine Vorstellung im Funkeltheater sehen, aber die fiese Grape und ihre Sauertruppe stehlen allen die Schau, im wahrsten Sinne des Wortes. Nun müssen wir als Peach die Vorstellung retten. Von der Theaterwärterin Stella bekommen wir eine Mag... Oh, Stella sieht aber richtig süß aus, ey. Nun müssen wir als Peach die Vorstellung retten. Von der Theaterwärterin Stella bekommen wir eine magische Schleife, mit der wir uns der Sauertruppe entgegenstellen und die Schauspieler retten. Was geht, Kel? Denn mit der Schleife können wir uns in unterschiedliche Figuren verwandeln, als Schwertmeisterin schlägt Peach die Gegner mit ihren Kampfkünsten zurück, als Detektivin untersucht sie Hinweise und und und. Am 22. März 2004... Aber was macht man in diesem Spiel, Chad? Also ich check das nicht. Das ist ja kein normales Super Mario-Spiel. Das ist ja was Eigenes. Was macht man da? Ich hab halt so ein bisschen das Gefühl, das wird so ein Minigame-Ding, wisst ihr? So einfach... So... Ich kann mir da nichts drunter vorstellen bis jetzt. Professor Layton-mäßig. Ja, nur weil da jetzt ein... So ein Detektiv zu sehen war. Theaterkampf auftritt Shrug. Ich... Ey, wirklich, ich hab keine Ahnung. 20. Erscheint Princess Peach Showtime exklusiv für die Nintendo Switch. Tage ist setz. Unsere leitende Frau ist bereit für das Spottlicht. Rise of the Ronin wird eine Mischung aus Assassin's Creed, Ghost of Tsushima und Dark Souls. Besonders die Open World ist Ubisofts Meuchelmörder-Reihe nachempfunden und mit einer Vielzahl von Nebenquests gespickt. Es soll auch mehrere Fertigkeits- und Technikbäume geben, mit denen wir unseren Charakter verbessern. Die Kämpfe dürften hingegen knallhart im Soulslike-Stil werden. Das Entwicklungsstudio Team Ninja das drauf hat, haben sie ja nicht zuletzt mit den Nio-Spielen bewiesen. Ach, das sind die Nio-Macher. Okay. Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PlayStation 5. Ganz klar. Auf den Game Awards 2019 wurde Senua's Saga Hellblade 2 das erste Mal angekündigt. Nächstes Jahr soll es dann endlich mit dem Release soweit sein. Hellblade 2 erzählt die Geschichte der keltischen Kriegerin Senua weiter, erneut gespielt von Melina Jürgens, die diesmal das Island der Wikinger-Zeit erkundet. Wait, das Drogenspiel, das Shizu-Spiel, warte Chat, war das, wo wir den ersten Teil on-Stream damals gespielt haben? Wo du komplett Shizu warst die ganze Zeit und Stimmen gehört hast und sowas? Da waren bestimmt nur ein paar von euch da, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich konnte das nicht mehr spielen irgendwann, weil die ganze Zeit hast du... Die ganze Zeit! Bei den Game Awards 2023 gab es endlich auch mal einen Trailer mit Gameplay zu sehen, trotzdem kennen wir noch kaum Details zum neuen Spiel. Vielleicht wird sich das in den nächsten Monaten noch ändern, vor allem aber wüssten wir gerne den konkreten Release-Termin für PC und die aktuellen Xbox-Konsolen, der fehlt nämlich auch noch. Ja, das ist ein komplettes Shizu-Game, Chat. Wirklich. Silent Hill 2 kehrt... Das wird so fett gedaddelt, Chat! Zurück. Konami spendiert dem Horror-Klassiker von 2001 sein längst überfälliges Remake und zeigt im ersten Teaser-Trailer die Rückkehr in das titelgebende Städtchen. Die Neuauflage entsteht bei Bloober Team, die die Layers of 4-Spiele gemacht haben, Enthilf-Veteranen Masahiro Ito als Concept-Artist und Akira Yamaoka als Komponist. Für das Remake sollen das Kampfsystem und bestimmte Gebiete des Originals grundlegend überarbeitet werden. Wann genau... Coole Tom, danke. Für 30. Und das Silent Hill 2 Remake 2024 erscheint, wissen wir aber noch nicht. Zuletzt gab es aber Gerüchte über eine Veröffentlichung im ersten Halbjahr, vielleicht sogar im ersten Quartal. Könnte sie wirklich hier sein, wartet für mich? Das Spiel wird so geil, Chat. Jetzt aber wirklich. Skyline Bones hat nach etlichen Verschiebungen endlich einen finalen Release-Termin. Am 16. Februar 2024 stechen wir endlich in die Multiplayer-See und machen als Piratenkapitäne den indischen Ozean unsicher. Das Spiel entstand ursprünglich auf Grundlage der Seeschlachten von Assassin's Creed 4 Black Flag. Die wurden allerdings für Skyline... Ey, so gerne ich dieses ganze Piratentum und so cool finde und auch so auf diesem Schiff leben, aber ich finde es so unfassbar lame, wie die gekämpft haben irgendwie. Da gibt es jetzt bestimmt irgendwelche Geschichtsgenies, die können mir das so richtig interessant erklären, aber Digga, dieses Nebeneinanderfahren und sich mit so Kanonen abschießen, finde ich so absolut lame. Ich check das nicht. Ich finde, so Zweikampf finde ich cool. Ja, es kam dann ja auch zum Zweikampf, wenn die geentert, wenn die gekapert oder keine Ahnung, ich kenne die Begriffe nicht, aber dann sind sie rübergegangen und haben die dann abgeschlachtet und so. Aber so dieses Ab- mit Kanonen abschießen, das ist irgendwie komisch. ...eheblich ausgebaut. Wir treten hier in einer Open World allein oder im Team zu Seeschlachten gegen andere Spieler oder die KI an und rüsten mit den erbeuteten Schätzen unser Schiff immer weiter auf. So craften wir uns mit erbeuteten Rohstoffen, neue Waffen und Ausrüstung oder bauen sogar neue Schiffe. Skull & Bones läuft am 16. Februar 2024 in die Häfen ein. Leben als Bauer. Oder sterben als Piraten. Scheiß drauf, Chat. Stalker 2 Heart of Chernobyl ist die lang erwartete Fortsetzung der beliebten Endzeit-Shooter-Reihe des ukrainischen Studios GSC Game World. In Stalker 2 geht es als Kopfgeldjäger erneut in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernoff. Hä? Wo war Stalker 1? Keine Ahnung. Äh, vor meinem Fenster. Dort machen euch Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer. Die ersten Spieltests liefen aber leider nicht so gut. Die Atmosphäre stimmte zwar, doch es gab noch jede Menge Bugs und andere Probleme. Stalker 2 ist zwar für das erste Quartal 2024 angekündigt und erscheint zeitlich exklusiv für die Xbox Series X und S und den PC. Aber wir würden uns auch nicht über eine weitere Verschiebung wundern. Mit Star Wars Outlaws bringt uns Ubisoft die erste richtige Singleplayer-Open-World im Star Wars-Universum. Wir steuern hier Kay Vest, die keine Jedi oder Soldatin ist, sondern sich als Gaunerin durchschlägt. Durch Kämpfe und Tricks arbeiten wir uns immer weiter in unterschiedlichen Verbrechersyndikaten nach oben und erkämpfen am Ende hoffentlich unsere Freiheit. Dabei sind wir aber nicht alleine unterwegs. Als ständigen Begleiter haben wir das Axolotl-ähnliche Wesen Mix dabei, sowie den separativen Statistendroiden ND5. Neben Missionen auf Planeten und in Raumstationen übernehmen wir auch die Kontrolle über unser eigenes Raumschiff, die Trailblazer, und bekämpfen die Jäger des Imperiums im All. Was ich da aber ganz gediegen machen werde, Chat, und das kann ich euch auch allen nur empfehlen, abwarten, bis es gefixst und gepatcht wird, damit es auf gar keinen Fall ein laggy Game ist, wenn du es reinzockst. Weil, stell dir mal vor, du gibst 70 Euro für das Game aus, gehst rein und es läuft nicht. Es hakt, es backt. Und das ist bei solchen Gamen immer sehr, sehr Ubisoft, EA, aufpassen, glaube ich. Star Wars Outlaw hat noch keinen festen Release-Termin, soll aber wahrscheinlich irgendwann 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X und S herauskommen. Das Axolotl-Fee ist süß, Mann. In Suicide Squad Kill the Justice League erkunden wir die offene Spielwelt von Metropolis und kämpfen gegen die Schergen von Brainiac und natürlich gegen die Justice League. Brainiac hat die Superhelden nämlich zu Super-Schurken gemacht und jetzt bekämpft die Menschheit Feuer mit Feuer. US-Agentin Amanda Waller schickt nämlich Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark in den Kampf und wir können jeden davon steuern. Suicide Squad vom Batman-Archim-Entwicklerstudio Rocksteady setzt aber weniger auf schleichend Nahkampf, sondern auf laute Third-Person-Shooter-Action, die wir allein oder im Online-Koop erleben. Wir in einem Loot-Shooter spritzen Trefferzahlen aus den Gegnern und natürlich schalten wir für unseren Kampf in der oft sehr farbenfrohen Spielwelt auch nach und nach neue Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung frei. Die Resonanz auf das Spiel war bislang aber eher zurückhaltend, Rocksteady muss also wahrscheinlich noch ganz schön viel Überzeugungsarbeit leisten, damit Suicide Squad zum Release am 2. Februar nicht genauso untergeht wie der letzte Geno-Film von 2021. Das Universum von Dead by Daylight wächst. Für das neue Story-Spiel The Casting of Frank Stone ist eine Kooperation mit den Horror-Profis von Supermassive Games entstanden. Das Spiel verspricht eine Story mit einem völlig neuen Figuren- oder sollten wir besser sagen Opfer-Ensemble, das wir noch nicht aus Dead by Daylight kennen. Im Mittelpunkt steht die düstere Vergangenheit von Frank Stone. Hä? Warte, also die machen aus so einem Game, wo irgendwelche Horror-Figuren sind, wo du so Motor-Dinger anmachen musst, um zu überleben, damit du nicht an so einen Haken gehängt wirst? Da machen die ein Story-Game draus? ...dessen blutiges Erbe über der Stadt Saddle Hills schwebt. Wie in anderen Supermassive-Spielen schlüpfen wir in die Rolle verschiedener Charaktere, in diesem Fall wohl abenteuerlustige Teenager. Neben der fesselnden Erzählweise und dichten Atmosphäre, für die Supermassive bekannt ist, sollen auch die Entscheidungen wieder eine zentrale Rolle spielen, denn das Schicksal der Teenager liegt in unserem Haken. The Casting of Frank Stone soll irgendwann 2024 für PS5, Xbox Series X und S und den PC erscheinen. Die Tekken-Serie wird 2024 schon 30 Jahre alt. Passend zum Geburtstag gibt's Tekken 8. Wir konnten das Fighting-Game schon ausprobieren und sind ganz angetan. Zum ersten Mal können wir sogar zwischen zwei Steuerungsmethoden wählen. Neben dem Story-Modus gibt's zudem die sogenannte Arcade-Quest, in der wir gegen KIs antreten, die unseren Kampfstil nachahmen. Und mit einem neuen Kampftrainer verbessern wir unsere Moves. Und Chad, genau von diesem Playstyle, von dieser Art von Spiel, kommt eins von Riot raus. Das wird so krass, ey. Ich hoffe, dass wir so neu sind. Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024. Mortal Kombat, größter Tekken, größter Street Fighter. Nee, agree ich tatsächlich gar nicht. Ich mag Street Fighter eigentlich am meisten. Für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series-Konsolen. Unrecord beeindruckte 2023 mit einem Trailer, der so realistisch aussah, dass das Entwicklungsteam mehrmals schwören musste, dass tatsächlich alles mit der Unreal Engine 5 gebaut ist und wir hier nicht etwa reale Videoaufnahmen sehen. Abseits der eindrucksvollen Grafik soll Unrecord taktisches Shooter-Gameplay und eine immersive Erzählung bieten. Neben den Kämpfen gibt's deshalb auch ein komplexes Dialogsystem und schwierige moralische Entscheidungen. Digga, ich find das Spiel schwierig, sag ich dir ganz ehrlich. Ich find auch die reale Grafik da ein bisschen schwierig. Also ich will jetzt nicht so klingen wie so eine komische ZDF-Doku von 2000, aber Digga, wer will denn so realistisch Menschen abknallen? Die Story vergleicht das Entwicklungsstudio Drama mit einem Detektiv-Roman oder Thriller. Wann genau Unrecord erscheint, ist noch nicht bekannt. Nachdem der Trailer aber so viel Aufsehen erregte, konzentriert sich das Team bei Drama umso stärker auf die Fertigstellung des Spiels. Das sieht einfach aus wie aus einer GoPro gefilmt. 2024 rechnen wir aber nicht mit der Veröffentlichung. Am Ende der Credit steht dann, alles real. Sie haben einen, ähm, einen Soldaten im Ausland, äh, selbst die ganze Zeit gesteuert. Einfach Gamer. Ja, Chat, es kommen schon nice Games dieses Jahr raus. Und ich sag mal so, wenn wir noch so einen Kracher bekommen wie Hollow Knight Silksong oder halt noch die ganzen anderen Sachen, die jetzt noch nicht, äh, announced oder released wurden oder irgendwie angekündigt, was auch immer, ähm, dann kann das doch schon ein entspanntes Jahr werden, oder? Crowsworn, kommt das Ende des Jahres schon, God of Mario? Und 2025 wissen wir schon, äh, ja, Digga, 2025 kommt ein neues Monster an draus. Das kommt GTA 6. Über 2025 brauchen wir nicht reden. Das wird eins der geilsten Videogame-Jahre, die wir alle erleben werden. Sehr wahrscheinlich. Aber dieses Jahr ist vollkommen fein, wenn wir hier und da mal ein Gutes haben. Vielleicht mal ein paar Games replayen, die wir geil finden. Oder halt so Spieler wie League of Legends oder Valorant oder irgendwas spielen, wo man halt ein bisschen so Skill-Based ist. Das ist vollkommen fein.